Seid ihr herzlich willkommen! Channeling aus der Bibel. Ich öffne sofort dieses Buch, weil ich bin so gespannt, was die heutige Botschaft ist. Jemand macht dir Vorwürfe. Jemand sucht Fehler bei dir. Auch wenn diese Person Recht hat, du musst es nicht ertragen. Du entscheidest. Wenn du das Gefühl hast, jemand will dich verfolgen, dann beende das. Ich meine, beende die Kontakt. Du sollst handeln, weil du gerade Frieden brauchst. Und das war die aktuelle Botschaft aus der Bibel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du diese Aufnahme likest oder meinen Kanal abonnierst. Vielen lieben Dank dafür. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Eure Dendera Eure Dendera Untertitelung des ZDF, 2020